Ja, schloss. Ja, schloss. Ja, schloss. Ja, meischt. Ja, hast du schon eingestellt? Ja. Wappen wir mit nix, gell? Was? Wappen wir mit nix. Wappen wir mit nix. Wappen wir mit nix. Was ist denn das Spiel? Quick Option. Was? Quick Option bei Schleuer. Schleuer oder Quick Option? Schleuer? Quick Option. Halt die Schnauze! Na ja, und dann nach unten. Ja, aber komm ich jetzt zu. Die, die da an. Soll ich es dreimal nach unten? Ja, zwei Mal. Aha, wir können jetzt die Gäse holen. Äh, ja. Schlau, schlau. Schlau, schlau, schlau. Schlau? Äh. Schlau, 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 schlau. Äh. Schlau, schlau, schlau. Schlau, schlau, schlau. Schlau, schlau. Ah, warte. Der Tom kann ficken und ein sein, ohne den Weg. Aber er kämpft nicht mehr. Ich kippt. Dann hänt sich nicht mehr an die Fülle. Ja, er stellt sich ein Stück mit. Aber er schafft sich nicht mehr. Gut, passt. Passt, passt, passt. Was weiß denn die Schuhe töten? Töten, töten. Essen Sie? Es ist nicht schlecht sein. Ja, der sollte mal umgehen, weil es da hat er eh. Es da hat er eh bis zu laut. Du hast es. Nein, du hast es bis zu laut. Weil er eh nicht sagt? Ja. Aber es sagt. Also Käpt'l, um Prestige zu ernten, musst du gestücken. Ja, wie gestücken, Maui? Das wäre gar nichts, oder was? Nein. Ich habe die Kette, bevor die Kanade nicht mit abklappt. Nein. Ja, ich habe gerade wieder ein neues Tag Material. Ich sehe, dass wir nicht umeinander müssen. Ja, das ist gut, ja. Es ist ein Nutzloch. Boah, ich kann doch etwas machen. 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 Ich habe doch einen Schluck gehabt. Oder du spierst deinen Gegner. Ach, Pakt, Pakt! Ich habe ja Zuck in den sollen. Nein, nein, nein. Immer, immer, immer frontal. Immer weiter in den. Einfach abzuck und raus. Oder weiß ich noch was. Was denn da findet? Der Weichel. Ja, der am meisten schluckt mir nichts mehr. Das ist ja so. Na, ja, wieder. Und die reden auch die Zellen, das machst du? Ich weiss, schon. Aber dann huff ich auch weg. Und jetzt wird es jetzt ein bisschen besser Teile. Siehst du wie aus, dann kannst du ablachen und zuschlafen. Das ist natürlich. Boah, war einfach mal das Party Party, oder? Ja, in der schönsten Mütze genossen. Boah! Ich hab die geschluckt und dann bist du an einer Leichen vorbei Dann haben wir den Faust von einer Leichen geschluckt, weil der ein bisschen nach oben gebogen war Und du bist natürlich entkommen Das habe ich auch noch gesagt Der ist so ein Mensch Das ist ein Tier. Ist das ein Tier? Nein, das dauert ja natürlich nichts, wenn man bei Granaten nicht explodiert. Nein, das war in seiner Granaten drin. Aber ich wollte bestückt. Ich gehe fast das wieder ein Stückchen. Wir wollten es von bestückt, aber auch. Also, so haben wir aber... Böse, aber... Das ist schon ins Headset sprechen. Nein, das ist doch nicht. Das ist... Mit den Waffen kann ich keinen anbringen, oder? Ich habe die Beine angezogen. Zumindest habe ich die Taste gedrückt. Ich weiß nicht, ich würde ja immer zwei Meter abdrücken. Das können Sie sein. Das liegt am Kontrollen. Hallo, Gott, Schatz. Jawohl. Ähh... Ahhhhh... Ein Gaukel. Der ist so zäalzig... Der ist so zäalzig. Der Buh! Ja? Ja... Jetzt hab ich mit vorne gekusst, aber... Ich schau ihn nicht. Ich bin nicht so. Ah, ich bin ja... Aha! Du Olle! Ich hab grad gestackt und ich hab den so als Tag übernommen gefeiert. Jo, das war auch so einer Spawn-Stack! Dirk von mich spawnen und einfach alles geschmissen! Seppl! Okay, kommt dieser! Schmiedernir! Ich komm nicht ab, ey! Simon! Der schmeißt einfach nur so viel Glück, glaub ich! Der ist hinter dir, ne? Soll ich noch nacken lassen? Der ist ja eh! Du hast die Frau, dass ich warte mal, dass ich hier drauf hab. Ah! Die Dirk sind nicht! Das ist Wahnsinn! Ah scheiße, da hat er mich hart mit dir! Das ist ein gutes Glück! So kack! Der wird's noch drauf! Der wird einfach zu drauf! Ja! Ja! Das ist ein Cousin! Das ist Batzen! Doch, nur ein Cousin! Ein Batzen ist ein Arsch! Jetzt ist langsam so ein Bull dabei! Muss ich sagen! Ja! Komm ich mir froh! Ich würde dir jetzt vorstellen, was ich... Aua! 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 auch gar nicht so otras auf eine Seite die ja was ist die hat la ja Stimme, Simon! Stimme, Simon! Ja! Boah! Ah, Blur, oder? Ich bringe Blumen! Ja, es ist schon da, aber nein, es trifft ja nicht! Ich bringe es um, so wie wir gerne bestücken. Warum du es auch nichts weg hast? Ja! Wer ist jetzt alles bestückt und wer, äh, nicht noch? Also, ich rede noch. Ich bin irgendwie gekommen, aber ich hab vielleicht bloß irgendwie um einen Anschluss gegeben. Hat mir eine andere Richtung, bitte. Ja, ich bin gekommen. Das ist ja eigentlich die Bestückung. Boah! Ja! 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 Aber es legt so gut aus. Ah, es wird wieder neu sein. Ah, es wird wieder neu sein. Ah, es wird wieder neu sein. Ah, es hat er bestimmt nicht. Ah, ich bin bestimmt nicht. Du bist bestimmt nicht selber. Ich hab bestimmt nicht bestimmt. Ja, das stimmt. Ja, ich bin der Beste. Das ist nicht der Beste. Ich bin nur der Beste. Du willst ganz schön. Nein! Doch, Tom! Ja, stopp! Ah, das ist lieber ein bisschen. Aber dich hab ich bestückt, Tom. Das haben sie dir auch schon gemacht. Das ist jetzt so reibig hier. Ah! Ah! Auf, Simon! Natürlich, hier stuckst du's auch. Oh, mein Gott. Oh, mein Gott. Das ist... Was ist das? Ich muss mal die aufstellen, ja. Das ist jetzt schlimm. Scheiße. Was ist das? Ja, das ist ja... Oh, mein Gott. Oh, mein Gott. Ist doch genug. Uuuuh! Überklau. Ja, okay. Warte, 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 warte! Warte, warte, warte! Ja, da war mir. Erstmal sein, sagen Sie bei mir. Das schlugst du mich vor hinten, lag mit der Dromius. Ja, so kann esNähe.